So, gucken wir mal. Aufgaben. So, das ist gleich da hinten. Das ist gar nicht weit. Und dann haben wir ja auch noch den einen Jagdauftrag. Und ich bin halt tatsächlich am überlegen, ob ich mich an den anderen Jagdauftrag nachts doch schon mal anwage. Oder ob ich noch ein bisschen warte. Schauen wir mal. So, was haben wir hier? Das kam von da drüben. Okay. Ach, da ist der Markierung. Ich habe mich jetzt schon gewundert, wo das jetzt sein soll. Hier entlang, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Tja, lasst uns ein paar Knorren brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Das dürfte nicht mehr dauern. Nö, finde ich auch. Jo. Ade. Das war einfach. Okay. Ach, da. Wollte ich gerade sagen. Und wo liegt die jetzt? So, dann bringen wir das Ganze zu Dave. Dann haben wir es um acht. Okay, dann machen wir den einen Jagdauftrag noch und dann... Ja. Gehen wir erst mal weiter, bevor wir den nachts machen. Da ist Dave. Meine Güte. Ach, wie süß. Ihr habt die Marke gefunden? Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt, als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Okay. Einen... Oh. Zehn Supertränke? Okay. Geht ab und zu mal jagen, okay? Ja, nicht klar doch. Ihr schlagt euch wecker. Danke. So, was haben wir denn noch? Aufgaben? Das war der Jagdauftrag, aber ich dachte, hier gibt's noch was. Nee, über Nacht, möchte ich wieder auf ein bisschen geboren. Nee, wir wollen jetzt. Es passiert Eis 2 aus Wasser. Nee, über Nacht, möchte ich noch etwas. Ich liebe es gucken. Auf jeden Fall nachden. Dann sehe ich wieder auf den Weg über den Weg 2007 Seite. Ja. Nee, über Nacht möchte ich noch etwas noch eins um Queens zusammen. Ah ja. Ist das eine Schatzkarte? Oh, das wäre ja mal was. Sollen wir suchen? Na klar. Was für eine Frage. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das ist eine gute Frage. So, wo ist denn das? Da hinten hat die Musik, ne? Gibt es hier noch was? Okay, ich hatte zumindest ein Item erwartet oder so. Ein Eisenklumpen. Also nicht, dass das ein großes Gebiet wäre, ne? Aber... Passt schon. Das war's? Ein Schatz sieht anders aus. Allerdings. Sieht aus wie der Teil einer Karte. Okay. Also gibt es davon bestimmt mehrere, ne? Welche Kartenteile. Gut, so, wo ist denn jetzt... Der Jagdauftrag? Ernsthaft? Hätten vielleicht den Regal ja nehmen sollen. Diese schwüle Luft. Ja. Wäre vielleicht schneller gewesen. Wäre vielleicht schneller gewesen. Das werde ich sehr verstehen, aber der ist ja richtig weit unten mit seinen 230. So, zumindest schaffen wir das, bevor es dunkel wird. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Diese schwüle Luft. Du sagst es. Ah ne, ich dachte es wäre eine Höhle. Ach. So, auf geht's. Ich... Ich würde es mal interessieren, ob die eigentlich anfällig gegen Feuer sind. Ah, da hinten. Okay. Wow. Warum kann ich das nicht blocken? Ist okay? Ja, ich komm klar. Ja. Ja. Warum kann ich das nicht blocken? Aua. Hörst du überhaupt auf? Ja. Das könnte ich nicht blocken. Das auch nicht. Jetzt halt ging es mal. Boah, jetzt. Ja. Das kann ich halt nicht blocken. Hör! Hasta ahí. Hab. Ich komm schon. Aua. Ah, pariert. Nice. Das ging daneben. Okay, der erste große ist Down. Autsch. Na? Was denn? Ich hab's doch pariert. Alles cool. So, wir machen erst mal die kleinen Down. Au. Aua. Oder auch nicht. Aua, Mann. Ich seh nix. Ich seh nix. Aber das große viel nervt aber auch, ne? Alter, ich hab doch geblockt, Mann. Ich versteh das manchmal nicht so ganz, warum man trotzdem blocken, wenn es so viel Schaden nimmt. Wird auch zu spät eingeblendet, ne? Eigentlich. Hier, ich könnte jetzt zum Beispiel gar nix machen, ne? Ähm... Hey, du kämpfst mir nicht ganz alleine. Zeig uns, was wir tun sollen. Ähm... Ach so, das ist gut. Ich wollte schon sagen, warum kann ich denn jetzt nix anwählen? Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft. Ja, also wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen komisch mit dem Blocken, weil... Hm. Funktioniert manchmal nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob das manchmal mit dem Anvisieren zu tun hat. Es könnte natürlich sein, dass ich während des Blockens das Anvisieren loslassen muss. Oh. Oh. Na, ja. Da musstest du uns drum herum fahren. Tut mir leid. Ich mach die Nachtmission jetzt mal nicht. Die machen wir mal später. Willkommen. Willkommen zurück. Oh, nice. Stets zu Diensten. Das ist hier los. Alle schwere Brocken. Ja, das ist noch ein bisschen... ...bisschen hart für uns, glaube ich. Hier ist die Speisekarte. Mache ich auch später, wenn ich ein bisschen... Scheiß vorsichtig. ...bisschen mehr Gild hab. Heute schlage ich richtig zu. ... Also, wenn ich den Ralf Schmack für den Kuchen rauskirchen... ...wennst du dann runterkirchen. Ja, geht um... ...dass ich dir wie, von mir sein... ...dass ich es, ist... ...dass ich einschf och schwer... ...dass ich dir am Tchaik... ...dass ich dir das Kuchen. ...dass ich dir... ...dass ich dir das Kuchen. Vielen Dank.